Das bedingungslose Grundeinkommen oder die Einkommensgarantie hat viele Namen. Aber im Grunde geht es um ein Einkommen. Einen monatlichen Festbetrag für alle Bürger eines Landes, ohne dass daran Bedingungen geknüpft sind. Dieses Grundeinkommen ist kein neues Konzept, wird aber im Vorfeld der Wahlen in Wirtschaft und Politik neu diskutiert. Steigert eine zunehmende Automatisierung der Arbeitswelt die Arbeitslosigkeit? Ist das Grundeinkommen utopisch? Wir stellen diese Fragen Majuka Turunen vom finnischen Sozialversicherungsinstitut Kela, das ein zweijähriges Experiment mit 2000 Arbeitslosen durchführt und das Grundeinkommen verfechtet. Im Gegensatz zu Anne Eydou, Mitglied des Kollektivs Entsetzte Ökonomen und Autorin von Brauchen wir ein Grundeinkommen? Ist das Grundeinkommen ein Aufruf zum Nichtstun oder hilft es unserer Gesellschaft? Kann es die Armut bekämpfen? Bedeutet es für uns mehr Freiheit, unser Leben individuell zu gestalten? Linksorientierte Parteien plädieren für eine solidarische Gesellschaft, die über Steuerreformen und gerechte Gehälter finanziert werden soll. Die grundlegende Frage lautet, welchen Platz nimmt im 21. Jahrhundert die Arbeit in unserem Leben ein? Oder, um es mit Arthur Rambeau zu sagen, wann werde ich über alle Gestade und Berge hinweg die Geburt der neuen Arbeit grüßen? Das bedingungslose Grundeinkommen und die Ideen, die dahinter stecken, könnten einige Probleme lösen. Davon bin ich überzeugt. Doch fragwürdig ist der Gedanke, dass alle anderen Unterstützungen und Sozialhilfen allein durch das Grundeinkommen ersetzt werden sollen. Das ist jedenfalls das Prinzip des bedingungslosen Grundeinkommens. Aber ich finde diese Haltung zu extrem, weil wir nicht wissen, wie die Bevölkerung reagieren wird, wenn jeder ein Grundeinkommen bezieht. Bislang handelt es sich um eine Erfahrung. Wir wollen sehen, wie sich die Leute verhalten, wenn man ihnen 560 Euro gibt. Manche wird es vermutlich motivieren, wieder arbeiten zu gehen, da das Grundeinkommen dadurch nicht geschmälert wird. In Finnland handelt es sich nicht um ein Grundeinkommen, sondern um einen Betrag, der bedingungslos 2000 Arbeitslosen überwiesen wird. Das hilft ihnen natürlich, ob sie zu 100 Prozent arbeitslos sind, ob sie eine Nebenbeschäftigung haben oder ein Unternehmen gründen möchten, ganz egal. Das ist für mich jedenfalls kein Lösungsansatz, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Wenn man das Grundeinkommen allen ausbezahlt, ob reich oder arm, wird das nicht die Probleme lösen, die sich mit der Verteilung des Wohlstands stellen oder im Bereich der Produktion, der Beschäftigung. Wir brauchen politische Alternativen, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Bei der finnischen Sozialversicherungsbehörde Kela sind 177.000 Personen registriert. Davon haben wir über ein Zufallsverfahren 2000 ausgewählt. Aber dieses Experiment betrifft auch die anderen, die wir Kontrollgruppe nennen. Wir beobachten das Verhalten dieser 175.000 Arbeitslosen, die kein Grundeinkommen beziehen, um sie mit den 2000 Empfängern des neuen Grundeinkommens zu vergleichen. Was sind die Vorteile dieser neuen Sozialleistung? Wir wollen sehen, ob ein Grundeinkommen in Höhe von 560 Euro die Suche nach einem Arbeitsplatz motivieren kann. Es gibt diesen liberalen Ansatz, zu sagen, dass die klassische Beschäftigungssituation überholt sei, dass der Arbeitsmarkt dereguliert ist, dass wir mit einer zunehmenden Uberisierung konfrontiert sind. Aber es gibt auch einen Ansatz der linksorientierten Politik, die sagt, dass wir andere Beschäftigungsformen entwickeln müssen. Sie fordert das Ende eines klassischen Arbeitsverhältnisses, das den Arbeitnehmer ausbeutet. Die Zukunft sei die Förderung von autonomeren Arbeitsformen. Und wenn alle ein ausreichendes Grundeinkommen beziehen würden, könnte jeder individuell einer nützlichen Beschäftigung nachgehen und sich vom Zwang eines Arbeitsverhältnisses lösen. Wir beobachteten bereits, dass es funktioniert. Und ich hoffe auch, dass die Mehrzahl der Teilnehmer positive Erfahrungen macht. Es wird aber immer Leute geben, die nicht arbeiten gehen wollen. Persönlich denke ich, Menschen sind von Natur aus aktiv. Sie möchten beschäftigt sein. Außer Personen, die an einer psychischen Krankheit leiden. Oder an anderen Problemen, die ihre Motivation schwächen, weil sie zu erschöpft oder deprimiert sind. Diesen Personen müssen wir Alternativen bieten, wenn sich herausstellt, dass sie für den Arbeitsmarkt ungeeignet sind. Das Grundeinkommen wird nicht alle Probleme in Finnland lösen. Ein Grundeinkommen ist ein Ansatz, um Armut zu bekämpfen. Aber es wird nicht das grundsätzliche Problem der Beschäftigung lösen. Wenn wir jemanden auf der Straße treffen, bedeutet die Frage, und was machen Sie so? Im Grunde genommen, was arbeiten Sie? Das belegen Untersuchungen des Französischen Instituts für Statistik über Glück und Arbeit zu Beginn 2000, die von anderen europäischen Studien bislang nicht widerlegt sind. Arbeit im Sinne von Beschäftigung ist ein grundlegender Parameter für Glück und umso mehr für Personen, die keine Arbeit haben, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger. Daher behaupte ich, dass das Grundeinkommen keine Lösung ist, weil diese Leute eine Arbeit möchten. Der Erste, der auf Facebook seine Teilnahme an diesem Experiment zugesagt hat, fügte hinzu, jetzt fühle ich mich wieder als Bürger. Ich werde es noch einmal versuchen. Ich glaube, er war Zimmermann und lebte auf dem Land, wo es keine Arbeit gab. Das ist übrigens auch eine gute Frage. Wenn es keine Arbeit gibt, wie kann man jemanden zur Arbeitssuche motivieren, selbst wenn er ein Grundeinkommen bezieht? Dieser Mann sagte, dass er Vorstellungsgespräche hatte und dass es frustrierend sei, diese ganzen Formulare auszufüllen und zu versuchen auszurechnen, was er verdient, wenn er einen Job annimmt und seinem Nachbarn für ein paar hundert Euro eine Hundehütte baut. Dass sich ein Nebenjob letztlich nicht lohnt. Natürlich gibt es auch indirekte Auswirkungen auf Empfänger eines Grundeinkommens. Ich denke, sie haben weniger Stress, weil sie weniger Geldsorgen haben. 560 Euro sind nicht viel, aber sie können mit diesem Betrag rechnen, der pünktlich jeden Monat überwiesen wird. Jeder kann so sein Leben und seine Projekte organisieren. Jeder weiß, dass egal was passiert, er mindestens dieses Einkommen hat. Das reduziert einen gewissen Stress und motiviert Personen, die sich darüber aufregen, dass sie so viel Zeit mit Formularen verbringen und diese ganze Bürokratie mit dem aktuellen System erleiden müssen. Der Humanist Thomas More hatte bereits 1516 die Idee eines Grundeinkommens. Eine Insel, auf der jeder seiner Beschäftigung nachgeht. Ende des 18. Jahrhunderts verteidigt der Revolutionär Thomas Paine das Grundeinkommen, gefolgt von dem französischen Gesellschaftstheoretiker Charles Fourier. Im 20. Jahrhundert machten sich Sir Bertrand Russell für das Grundeinkommen stark, der Amerikaner John Rawls und sein ultraliberaler Landsmann Milton Friedman. In Frankreich forderte Michel Foucault weniger Staat, aber mehr Sozialhilfen. Und André Gortz theoretisierte den Wirtschaftsrückgang. Der belgische Philosoph Van Paris singt aktuell das hohe Lied des Grundeinkommens. Über die Jahrhunderte hinweg hat sich der Refrain kaum verändert. Sozialisten sagen, der Wohlstand muss gerechter verteilt werden. Die Liberalen, die Ausgangsposition muss für alle gleich sein. Mehr gibt es nur für die, die es verdienen. Doch das moralische Dogma der Arbeit verfolgt uns noch immer. Wir beobachten seit 2000 eine wachsende soziale Ungerechtigkeit und eine wachsende Armut, die sich mit der Finanzkrise und der Sparpolitik in ganz Europa verstärkt haben. Die politische Lösung, um die Finanzkrise zu bekämpfen, war keine großzügigere Sozialpolitik. Die Debatte über das Grundeinkommen findet vor diesem Hintergrund statt. Wir werden uns über die ungerechte Verteilung des Wohlstands bewusst und darüber, dass aktuelle Sozialhilfen die Armut nicht ausreichend bekämpfen. Diese Debatte über das bedingungslose Grundeinkommen begrüße ich. Denn bis 2009, 2010 hat man vor allem über die Tatsache diskutiert, dass Sozialhilfeempfänger dazu motiviert werden sollen, arbeiten zu gehen. Mit der Debatte über das Grundeinkommen werden die Bedingungen überdacht. Von diesem Blickwinkel aus finde ich die Diskussion interessant. Aber das bedingungslose Grundeinkommen stellt uns vor andere Probleme. Ein wesentliches Ziel dieses Experiments ist, dass unsere Regierung versucht zu erfahren, ob diese Methode der sozialen Unterstützung, die Motivation, eine Halbtagsstelle oder eine andere Beschäftigung anzunehmen, erhöht. Wir versuchen, das Problem der monatlichen Einkommensschwankungen zu lösen, das je nach Beschäftigungsgrad das Gefühl einer finanziellen Unsicherheit hervorruft. Es gibt Sozialhilfeempfänger, die eine zweimonatige Vollzeitbeschäftigung annehmen würden, das aber nicht tun, weil sie dann nicht mehr als arbeitslos registriert wären und einen neuen Antrag stellen müssten. Das alles kostet Zeit, erfordert komplizierte Behördengänge, das Ausfüllen von Formularen. Das macht alles keinen Sinn, wenn man sich von der Bürokratie sowieso erdrückt fühlt. Das wesentliche Ziel ist daher, diese neue Methode zu testen. Sie bekommen monatlich 560 Euro und alles, was sie darüber hinaus verdienen, kürzt dieses garantierte Grundeinkommen nicht. Das ist die Idee und das Ziel dieser Aktion. Wenn man die Beschäftigungsentwicklung seit den 70er Jahren betrachtet, stellt man fest, dass sich die sozialen Bedingungen in vielfacher Hinsicht verschlechtert haben und nicht, dass die Arbeitslosigkeit massiv angestiegen ist. Wenn man die Frage der Uberisierung beleuchtet, das Konzept, dass das klassische Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis schrittweise durch eine freie Form der Beschäftigung ersetzt wird, kann entgegengesetzt werden, dass die Selbstständigkeit seit 1970 stark gesunken ist, insbesondere in der Landwirtschaft, wo sehr unsichere Beschäftigungsverhältnisse herrschten. Der aktuelle Anstieg der Selbstständigkeit, was man mit Uberisierung bezeichnet, eine sozial prekäre Form der Selbstständigkeit, ist ein Phänomen, das erst seit 2009 existiert. Dieser Anstieg ist jedoch schwach im Vergleich zu langfristigen Entwicklungen. Einige unserer Leistungsberechtigten haben uns mitgeteilt, dass sie jetzt die Wahl haben zwischen einer Unterstützung für ihr Studium und dem Grundeinkommen. Wohnungszuschüsse werden extra bezahlt. Die Mehrzahl hat sich für das Grundeinkommen entschieden, weil es eine gute Lösung ist, um sich zu bilden oder weiterzubilden. Ein wichtiges Ziel des Grundeinkommens ist mit der Frage verbunden, wie werden wir uns beschäftigen, wenn die Automatisierung unsere Arbeitsplätze abschafft. Wie werden die Leute zurechtkommen? Von was sollen sie leben? Wir brauchen ein Einkommen, ein Existenzminimum. Alle Vorhersagen, die in der Vergangenheit gemacht wurden, über das Ende der Arbeit, über das Ende der Beschäftigung, sind nicht eingetreten. Die Beschäftigungsformen hingegen haben sich verändert. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich, Schwerpunkte verlagern sich, aber bislang fehlen uns Beweise für eine massive Zerstörung von Arbeitsplätzen, die auf eine zunehmende Informatisierung zurückgehen soll. Das ist eine sehr subjektive Sicht. Die französische Wirtschaft schafft weiterhin Arbeitsplätze. Eine massive Arbeitslosigkeit ist nicht zu leugnen. Aber ob daran die Informatisierung schuld ist, bleibt offen. Alle reden ständig von Robotisierung. Natürlich schafft die Automatisierung Arbeitsplätze ab, aber gleichzeitig entstehen neue in anderen Bereichen. Ich glaube daher nicht, dass es keine Arbeit mehr geben wird und dass wir ein Grundeinkommen zum Überleben brauchen. Es wird andere Formen der Beschäftigung geben und wir werden sehen, in welchen Bereichen es Arbeit geben wird und wie wir den Bedarf an Personal anders strukturieren und organisieren. Dafür gibt es Berater, die Personen für Berufe ausbilden, die Zukunft haben. Mit der steigenden Teilzeitbeschäftigung in den 1980ern und der Wirtschaftskrise ist Teilzeitbeschäftigung keine Frage mehr der persönlichen Entscheidung. Insbesondere Frauen haben oft keine andere Wahl, als einen Teilzeitjob anzunehmen. Ein Grundeinkommen würde daher die Emanzipierung kaum fördern. In den 1990ern war bei den Verfechtern des Grundeinkommens die Rede davon, dass die Frauen sich um ihre Kinder kümmern können und junge Leute, die arbeiten wollen, arbeiten gehen können. Doch inzwischen ist auch bekannt, dass in Frankreich jede sechste Hausfrau gerne arbeiten würde. Der Wunsch nach Beschäftigung ist also bei allen groß. Laut Eurostat ist Frankreich mit 715,5 Milliarden Euro, 33,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, das EU-Land, das 2013 am meisten Geld für Sozialleistungen ausgegeben hat. 3,5 Prozent mehr als 2003. Diese Leistungen beinhalten Krankenversicherungen, Renten- und Arbeitslosenversicherungen. Auf Platz 2 steht Dänemark mit 33 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und einer Steigerung von 2,9 Prozent im selben Zeitraum. Lettland gibt am wenigsten für Sozialleistungen aus, 14,4 Prozent. Laut dem Bundesamt für Arbeit und Soziales hat Deutschland 2013 812 Milliarden Euro ausgegeben, 2,6 Prozent weniger in zehn Jahren. 32,3 Prozent waren es 2003 und 29,7 2013. 2008 und 2009 mit der Finanzkrise stieg der durchschnittliche Prozentsatz für Sozialleistungen in der EU von 25,6 auf 28,3 Prozent. Die aktuelle Idee des Grundeinkommens erinnert daran, was Milton Friedman 1962 gesagt hat. Wir werden den Leuten helfen, den Einzelnen. Er sprach von Einzelpersonen. Wir werden ihnen das geben, was sie am meisten brauchen, sprich Geld. Aber ist es wirklich Geld, was die Leute am meisten brauchen? Sicher nicht nur. Und aus all diesen Gründen ist das bedingungslose Grundeinkommen kein gesellschaftliches Projekt. Geld ist keine Lösung für alle. Geld ist eine Lösung für einen Teil der Betroffenen. Aber wir haben bereits ein gutes Feedback von Leistungsberechtigten. Jetzt kann ich einen Halbtagsjob annehmen, ohne befürchten zu müssen, dass mein Lohn das Grundeinkommen kürzt. Als Beamtin sehe ich einen weiteren Vorteil. Das Prinzip des Grundeinkommens reduziert den ganzen Papierkram und befreit unsere Leistungsberechtigten, die sich darauf konzentrieren können, eine Arbeit zu suchen, anstatt Formulare auszufüllen, um bei uns registriert zu bleiben. Das befreit auch uns. Wir können uns wichtigeren Aufgaben widmen, uns beispielsweise um Personen kümmern, die arbeitsunfähig sind und mehr Aufmerksamkeit brauchen als Arbeitslose und all die anderen, die ihre Formulare online ausfüllen können. Diese Zeit, die wir gewinnen, können wir auf andere Dinge verwenden. Und das ist sehr gut. Die Idee, dass jeder, der ein bedingungsloses Grundeinkommen bezieht, selbst ein großzügiges, sich sozial nützlichen Aktivitäten widmet, ist natürlich nachvollziehbar. Doch niemand hat auf ein bedingungsloses Grundeinkommen gewartet, um sich um seine Kinder zu kümmern, um Freunde zu treffen oder in Malibu surfen zu gehen. Angenehme und nützliche Beschäftigungen, die soziale Bindungen herstellen, die grundlegend für das Leben und Zusammenleben in einer Gesellschaft sind. Diese Beschäftigungen erzeugen jedoch keine Mittel, die soziale Leistungen oder ein Grundeinkommen finanzieren können. Genau darin liegt die Schwierigkeit. Sozusagen das philosophische Problem des bedingungslosen Grundeinkommens in seiner großzügigen, linksorientierten Variante. Sprich, die Idee, dass man Wohlstand erzeugt, eine Wertschöpfung, um ein bedingungsloses Grundeinkommen zu finanzieren, indem man sich nützlichen und angenehmen Beschäftigungen widmet. Eine Leistungsberechtigte hat sich bei uns gemeldet, um zu sagen, dass es wirklich toll wäre, weil sie sich jetzt um ihre alten Eltern kümmern könnte. Da diese nicht krank und alt genug wären, hätten sie keinen Anspruch auf einen Platz in einer staatlichen Einrichtung und sie hätten nicht genügend Geld für ein privates Pflegeheim. Die Frau hätte nicht zu Hause bleiben können, um sich um ihre Eltern zu kümmern, die nicht mehr selbstständig genug waren, um sich selbst zu versorgen. Wir hätten also die Kosten für ein privates oder staatliches Pflegeheim übernehmen müssen oder für die Pflege zu Hause. Das wäre für uns teurer gewesen als die Kosten für das Grundeinkommen, da sich die Tochter um ihre alten Eltern kümmern kann und auch möchte. Hier in Finnland ist das ein großes Problem, da die Anzahl der Rentner explosionsartig steigt und unsere Bevölkerung schneller altert als in anderen europäischen Ländern. Das Grundeinkommen wäre demnach eine mögliche Lösung für dieses Problem. Das französische Gesetz 98461 vom 13. Juni 1998, ein Projekt der damaligen Arbeitsministerin Martine Aubry, hat die gesetzliche Wochenarbeitsdauer auf 35 Stunden festgelegt, bei gleichen Löhnen, aber weniger Sozialabgaben. Überstunden werden betriebsintern vereinbart, falls sie nicht über ein Branchenabkommen geregelt sind. 18 Jahre später bestimmt Artikel 2 des Arbeitsgesetzes, das El-Komri-Gesetz vom 8. August 2016, dass in puncto Arbeitszeitbetriebsabkommen Vorrang haben vor Branchenvereinbarungen. In Deutschland wird die Tarifautonomie über Artikel 9 § 3 des Grundgesetzes geregelt. Die Arbeitszeit wird über Tarifverträge, die zwischen den Sozialpartnern in allen Branchen ausgehandelt werden, festgelegt. Fünf Branchen, darunter die metallverarbeitende Industrie, haben eine Wochenarbeitszeit von 35 Stunden. Die wöchentliche Höchstarbeitsdauer ist auf 48 Stunden begrenzt. Um Arbeitsplätze in Frankreich zu schaffen, gibt es mehrere politische Ansätze. Es ist bekannt, dass eine Arbeitszeitverkürzung Arbeitsplätze schafft. Die Einführung der 35-Stunden-Woche hat Schätzungen zufolge 350.000 bis 500.000 Arbeitsplätze geschaffen. Zwischen 1997 und 2001 hat die französische Wirtschaft 2 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Die Arbeitszeit sollte daher erneut gekürzt werden. Wir haben ein sehr positives Feedback und planen, das Experiment auszubauen. Wir müssen steuerliche Maßnahmen mit einbeziehen, was uns in dieser ersten Phase aus Zeitgründen nicht möglich war. Da die Steuern sich auf ein Kalenderjahr beziehen und der Zeitraum zu kurz war, damit sich die Steuerbehörden an unserem Projekt beteiligen. Einige Entscheidungsträger möchten sehen, wie diese Besteuerung funktioniert. Die Leistungsempfänger beziehen ein Grundeinkommen und andererseits finanzieren wir einen Teil davon über deren Steuern. Eine gute Steuerreform ist ein Stufensystem. Das heißt, dass Gutverdiener mehr Steuern bezahlen, dass Steuerflucht bekämpft werden muss. Das sind bekannte Maßnahmen, die umgesetzt und fortgeführt werden müssen. Auch die Lohnunterschiede sind in den letzten Jahren beachtlich gestiegen, zu Lasten der Arbeitnehmer, die die niedrigsten Löhne und Gehälter beziehen. Es steht auch zur Debatte, andere soziale Gruppen in das Experiment mit einzubeziehen. Selbstständige, die kein Arbeitslosengeld bekommen, Studenten oder andere Berufskategorien, um zu beobachten, wie das Grundeinkommen ihre Situation verändern würde. Aber es ist noch zu früh für irgendwelche Prognosen. Entsprechende Entscheidungen über die Erweiterung des Grundeinkommens sind im Frühjahr geplant. Aus Budgetgründen ist es nicht vorstellbar, dass alle, ob reich oder arm, ob in Finnland oder anderswo, ein Grundeinkommen beziehen. Obwohl 560 Euro kein sehr hohes Einkommen sind. Wenn Finnland entscheidet, es allen zu bezahlen, bedeutet das dann den Verzicht auf alle anderen Unterstützungen, auf Arbeitslosengeld, das in Finnland höher ist als 560 Euro? Wenn wir die 560 Euro an alle Einwohner Finnlands bezahlen, würde das 15 Milliarden Euro kosten. Und aktuell hat das finnische Sozialversicherungsinstitut Kela Ausgaben in Höhe von 14,3 Milliarden für unterschiedliche soziale Leistungen. Was bedeutet, dass diese Ausgaben im Großen und Ganzen gedeckt sind? Doch 560 Euro pro Person reichen nicht aus. Der Betrag müsste höher sein. Ich denke, man kann nicht einfach das kostenlose Bildungssystem abschaffen, das Sozialversicherungssystem sowie andere Zuschüsse und Unterstützungen. Staatliche Hilfen sind notwendig, um die Bevölkerung zu schützen. Wir sollten uns darum kümmern, Arbeitsplätze zu schaffen und unser Produktionsmodell zu überdenken. Wir sollten ein Produktionsmodell entwickeln, das in ökologischer und sozialer Hinsicht Sinn macht. Und wir sollten die Arbeitszeiten kürzen. Unter diesem Aspekt wäre ein Mindesteinkommen ein Ansatz, unter der Bedingung, dass es denjenigen zugutekommt, die tatsächlich eine soziale Unterstützung brauchen. Es gibt Maßnahmen, die wir dauerhaft einrichten könnten. Beispielsweise für Arbeitslose. Wir könnten eine Arbeitslosenpauschale testen, um zu sehen, wie das funktioniert. Es wäre gut, beobachten zu können, wie ein partielles Grundeinkommen funktionieren würde, das nur bestimmte Sozialleistungen ersetzt. Insbesondere das Arbeitslosengeld. Das ist eine denkbare Maßnahme, aber wir müssen auch andere ergreifen. Eine Bandbreite von Lösungen für alle Probleme, denen wir in Finnland gegenüberstehen. 2087. Dank dem bedingungslosen Höchsteinkommen, das über Bodenschätze auf dem Mars und die Ausbeutung von Robotern finanziert wird, trinken alle Erdbewohner solidarisch Champagner. Square sagt zum Wohl und bis bald.